Hi, schön, dass du wieder dabei bist bei PhysioInsight. Heute mit sechs wichtigen Punkten, die du über deine Kreuzbanddreher auf jeden Fall wissen solltest. Diese sechs Punkte kommen aus einer Studie, die 2022 veröffentlicht wurde und hier haben sich Forscher zusammengesetzt und haben insgesamt mehr als 142 Studien zusammengefasst und eine große Übersichtsarbeit gemacht. Warum haben sie das gemacht? Ganz einfach. Zehn verschiedene Köche, zehn verschiedene Gerichte und genauso sieht es auch in der Kreuzbanddreher aus. Es gibt so viele unterschiedliche Kreuzbandnachsorgeprotokolle, es gibt so viele unterschiedliche Ansätze und es gibt so viele unterschiedliche Modelle. Teilweise beruhen sie auf altem Wissen und deswegen haben sich diese Forscher mal hingesetzt und haben alles zusammengefasst und da kamen dann sechs wichtige Punkte raus, die man auf jeden Fall für die Reha beachten sollte. Fangen wir an mit Punkt 1. Punkt 1 ist der Streitpunkt unter vielen Therapeuten und auch Medizinern geschlossene gegen offene Kette. Soll man in der offenen Kette trainieren oder nur in der geschlossenen nach einer Kreuzbandoperation oder nach einem Kreuzbandriss. Kurz für dich zur Erklärung, eine offene Kette ist zum Beispiel beim Kniestrecker, wenn der Fuß keinen Bodenkontakt hat und du das Knie gegen einen Widerstand streckst und die geschlossene Kette ist zum Beispiel eine Kniestreckung während Kniebeugen. Das bedeutet, du streckst dein Knie, aber dein Fuß hat einen Bodenkontakt. Und man ist davon ausgegangen oder lange, lange, lange Zeit hat man gedacht, ja, diese offene Kette ist nicht gut fürs Kreuzband. Punkt 1. Und zweitens, es wäre nicht effektiv und man sollte auf jeden Fall in der geschlossenen Kette trainieren. Das ist aber falsch. Es gibt laut dieser Studie keinen Unterschied zwischen der offenen und der geschlossenen Kette. Deswegen, du kannst beides machen. Das spielt keine Rolle. Punkt 2 ist, soll ich zu Hause trainieren oder muss ich unbedingt zum Physiotherapeuten? Auch hier gibt es keinen Unterschied zwischen zu Hause trainieren und beim Physio trainieren. Der wichtige Punkt ist also, Hauptsache, du trainierst und du trainierst regelmäßig und strukturiert. Es geht viel mehr um deinen Plan, um die Struktur, die du hast und dass du progressiv sinnvoll aufbaust und dann spielt es keine Rolle, ob du zu Hause, im Gym oder direkt beim Physio vor Ort trainierst. Wichtig ist, dass deine Reha sinnvoll ist. Der dritte Punkt ist, die Knieschiene, die man nach der Operation häufig bekommt, um das Knie zu stabilisieren, ist ineffektiv. Das bedeutet, mach dir keine so Sorgen, wenn du sie mal weggelassen hast und wenn sie dir nicht passt, wenn sie dich stört, dann kannst du sie auch weglassen. Sie ist eben ineffektiv. Wichtig ist hier aber anzumerken, in dieser Studie geht es hauptsächlich um isolierte Kreuzbandrisse. Das bedeutet, wenn du noch Meniskusverletzungen oder ähnliches dabei hast, dann solltest du gegebenenfalls die Schiene doch tragen. Möglicherweise ist sie hier hilfreicher. Das wurde in dieser Studie nicht genauer beleuchtet. Kommen wir nun also zu den drei wichtigeren Punkten für dich. Und zwar zu Punkt 4. Vor der OP ist nach der OP. Was bedeutet, wenn du drei bis sechs Wochen vor der Operation regelmäßig strukturiert und sinnvoll trainierst, dann hast du Verbesserungen, die bis zu drei Monate nach deiner Operation anhalten. Das bedeutet, trainiere vor der Operation und komm besser aus der Operation raus und starte besser und erfolgreicher in deine Kreuzbandreha. Wenn du ein entsprechendes Coaching für die Zeit vor der Operation haben möchtest, dann kontaktiere mich gerne bei Instagram oder über meine Homepage. Punkt 5. Betrifft die Zeit direkt nach der Operation. Die Forscher haben hier geäußert, dass Eistherapie, das bedeutet Eisanwendung auf die betroffene Region, besonders in den ersten zwei Tagen, aber bis zu in der ersten Woche sehr effektiv ist in Bezug auf Schmerzlinderung und die Reduzierung von Schmerzmitteln bzw. der Schmerzmitteleinnahme. Das bedeutet, aufgrund von Eisanwendungen kannst du deine Schmerzmitteleinnahme reduzieren. Und das ist sehr wichtig. Wie wir bereits schon in einem anderen Video erklärt haben, stören Schmerzmittel deine Wundheilung. Das bedeutet, kannst du deine Schmerzmitteleinnahme reduzieren, läuft deine Wundheilung reibungslos. Nun einer der interessantesten und wichtigsten Punkte für dich. Und zwar, du kannst mittels Elektrotherapie, und das ist elektrische Muskelstimulation, die Kraft deines Quadrizeps, deines vorderen Oberschenkelmuskels, verbessern. Das ist wichtig, da der Quadrizeps besonders häufig nach Kreuzbandrissen in Mitleidenschaft gezogen wird, im Sinne von, dass man sehr lange braucht, um den wieder aufzubauen, wenn man viel Muskelmasse verloren hat. Der Vorteil von elektrischer Muskelstimulation ist, dass du das Ganze einfach anwenden kannst. Es gibt schon günstige Geräte, so ab 50 Euro bei Amazon. Unten in der Infobox habe ich dir eins verlinkt. Wenn du ein Video zur Anwendung haben möchtest, zur spezifischen, dann schreib uns das einfach unten in die Kommentare, dann machen wir dir ein Video dazu. Falls du noch nicht operiert wurdest, solltest du dir unbedingt auf unserem Kanal unsere Videos zum Thema Kreuzbandriss und Kreuzbandrissoperationen anschauen. Denn vielleicht könnt ihr dir das ein oder andere Thema, das ein oder andere Video helfen, dich zu entscheiden, ob du dich denn operieren lassen möchtest oder ob du eine moderne Reha machen möchtest. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen und abonniere unbedingt unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Physio Insight. Ciao.